Johann Petersson ist ein ehemaliger schwedischer Handballspieler. Er spielte auf der Position Rechtsaußen. Werdegang. Seine handballerische Karriere begann er bei Mika Sevehoff. Danach wechselte er 1996 zur GW Deminden, wo er ein Jahr blieb. 1997 wechselte er für vier Jahre zur HSG Nordhorn wechselte. Schließlich nahm er ein Angebot vom THW Kiel an und wurde 2001 ebenfalls ein Zebra. Dort blieb er vier Jahre, bis ihm ein Angebot an der Handballschule vorlag, das ihm aufgrund der beruflichen Perspektive zusagte. Für Kiel ging er 199 Mal aufs Parkett und erzielte 1097 Treffer. Mit dem THW Kiel feierte er Erfolge wie die Deutsche Meisterschaft 2002 und 2005 wurde EHF Pokalsieger. Mit der schwedischen Handball-Nationalmannschaft errang er die Silbermedaille bei Olympia 1996 und Olympia 2000. Wurde 1999 Weltmeister und Zweiter bei der Weltmeisterschaft 2001. Außerdem wurde er 2001 0-2 und 2002 0-3 ins Liga-All-Star-Team gewählt. Petersson verließ im Januar 2005 die Nationalmannschaft und wurde 2008 nochmals in das Drei-Kronen-Team zurückgeholt. Insgesamt bestritt er 249 Länderspiele für Schweden und warf 813 Tore. Zurzeit arbeitet er als Handballlehrer an einem Gymnasium in Jönköping in Schweden. Zusätzlich spielte und trainierte er seinen Verein EF Halbi Handball. Knapp verpasste er den Aufstieg in die Elite-Serie. Nach einem verpatzten Saisonstart trennte sich Halbi im November 2008 von Petersson. Anschließend spielte er beim schwedischen Erstligisten Alingsas H.K. Mit Alingsas H.K. gewann Petersson 2009 die schwedische Meisterschaft. Ein Jahr später beendete Petersson seine Karriere. Aufgrund einer Verletzungsserie half Petersson beim schwedischen Erstligisten IFK Christianstad für den Anfang der Saison 2010 Elftel aus. Im April 2012 wurde er vom TUSN Lübeck für die letzten Ligaspiele der Saison und das Final vor in Hamburg verpflichtet. Im Mai 2015 nahm ihm der HSV Hamburg unter Vertrag. Um die verletzungsbedingte Ausfälle der Rechtsaußenspieler Hans Lindberg und Stefan Schröder zu kompensieren. Petersson riss sich bei seinem ersten Einsatz für den HSV Hamburg im EHF-Europapokal die Achillessehne. Er ist 1,81 Meter groß und wiegt ca. 81 Kilogramm. Er hat einen Sohn und eine Tochter mit seiner Ehefrau Sophia. Erfolge Europameister 2000 und 2002 ins Allstar-Team der EM 2000 gewählt. Handballwoche Ranking Rechtsaußen Handballmagazin Ranking Rechtsaußen 1.2005, 4.2004, 3.2003, 2.2002, 11.2001, 1.2002 ins Liga Allstar-Team 2001, 2002 und 2002, 2003 gewählt. Und 509, 2.2005, 1.2005, 2.2006, 3.2004, 3.2007, 2.2007, 4.3004, 3.2004, 9.2007, 1.2007, 1.2003, 2.2007, 2.3008, 4. hurricanes pertwo wahlreich r hue. 12.2008, 4.3007, 1.2008, 5.5004, 4.3007, 5.5009, 6.5009, 1.2007, 2.2008, 5.5009, 7.1004, 655, 골�ически